Die S3 Engine ermöglicht eine schnelle Szenensuche in Fußball und anderen Sportspielen. Sie besteht aus einer Szenensuche, einer Szenenbewertung und einer Szenenlösung. Unsere Datenbank umfasst derzeit etwa eine Million Szenen und lässt sich in weniger als einer halben Sekunde durchsuchen. Die Suche basiert auf den Ball- und Spielertrajektorien von offiziellen Tracking-Daten. Ein vorheriges manuelles Annotieren der Daten mit Events ist für die Suche daher nicht notwendig. Die hier ausgewählte Beispielszene zeigt einen Abstoß des Torwarts und den nachfolgenden Spielaufbau. Als Suchergebnis werden die 15 ähnlichsten Szenen zur Ausgangsszene dargestellt. Die gefundenen Szenen können auch grafisch in dem Suchraum dargestellt werden. Anhand einer anderen Szene wird nachfolgend die Szenenbewertung gezeigt. Bei dieser Szene handelt es sich um einen Torschuss. Die obere Grafik zeigt die angreifende Mannschaft in blau, die verteidigende Mannschaft in grün sowie in rot den Ball. Die drei Diagramme zeigen Bewertungsmetriken wie Distanz zum Tor, die Formationsaufteilung oder den Druck. Die untere Animation stellt den Raumbesitz einzelner Spieler der beiden Mannschaften dar. Ebenso kann die S3 Engine mittels KI alternative Szenenlösungen generieren. Eine KI versucht aus der initialen Ball- und Spielerposition einer Originalszene eine erfolgreiche Lösung, also ein Tor zu generieren. Hier am Beispiel einer Ecke. Während im Original eine kurze Ecke gespielt wird, generiert die KI hauptsächlich lange Ecken als erfolgreiche Optionen. Wenn Sie Jensen machen, über den Bigger undeny, wie sich im Gespräch davon verwerft, Bis zum nächsten Mal abonniere dich. Und bitte kurz zum nächsten Mal abonniere dich. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.